Darum braucht man jedes Jahr neue Enduro, weil die dann immer bessere Traktion hat, Beschleunigung, Kurvenlage. Braucht man total bei der Rommeliex. Auf mir ein Glück mit dem Wetter! Und dann, dann fängt es richtig an, weil das ist dann der Canyon-Ende und dann machen wir gleich ein Rebercrossing. Der Canyon-Ende und 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 der Range. Und dann fängt es an, dann fängt es an, wenn wir das Fahrrad nicht mehr so machen. Das ist genau auf die Eier gegangen. Zurücklehnen, zurücklehnen, durchstrecken nach hinten. Grüß die Sonne, Tom. Komm, grüß die Sonne. Untertitelung des ZDF, 2020